Hättest du dir so gewünscht? Wie bitte? Hättest du dir so gewünscht den Abschied? Das letzte Spiel? Auf jeden Fall mit dem Sieg. Er hat ein emotionales Gefühl natürlich nach einigen Jahren. Auf jeden Fall mit dem Sieg. Untertitelung des ZDF, 2020 Musik Ich weiß nicht, wie viel für mich, alles gut, kein Problem, aber wenn man nur die Mannschaft ins Herz geschlossen hat und ihren Einzelnen seit Jahren miteinander zusammenarbeitet, dann kommen dann halt die Emotionen. Musik 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 Musik